S S S S Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Mod-Verstellung. Ich möchte euch heute eine... Ja, eine Erweiterung will ich gar nicht sagen. Es ist bloß eine Verschönerung. Eine editierte Version der normalen Werkstatt zeigen, die wir halt so kennen vom E-Test 2. Ich mache es mal von oben, dann sieht man es besser. Also wir haben ja die Werkstatt, die kennt ja jeder. Und hier ist es jetzt so, Motor aus, Sprit sparen. Es ist jetzt so, dass ihr jetzt hier noch eingezeichnete Parkplätze habt. Und da ein bisschen mehr Bepflanzung ist hier hinzugekommen, wie man gut erkennen kann. Und ja, hier sind die Tore offen. Zwei Stück an der Zahl, da kann man reinfahren. Drücken kann man nichts, das ist halt einfach nur so. Sieht ja einfach vielleicht schöner aus, wie wenn ständig die Tore zu sind. Und was noch ist, hier fährt ständig so ein Pfosten mit seinem Skateboard rum, warum auch immer. Zack, fährt es da rüber, fährt über die Straße, zack und wieder rüber und dann kommt er wieder. Warum auch immer. Der muss Langeweile haben. Auf alle Fälle, so sieht es aus. Funktioniert, wie schon gesagt, auf der Version 1.35 ohne Probleme. Und ja. Ganz ehrlich, man hat halt nichts davon. Das einzige, was mir gefällt, sind vielleicht die Bäume. Die Bepflanzung finde ich ganz schick und dass vielleicht die Tore offen sind. Aber dann war es das eigentlich auch schon wieder. Mehr reizt mich an diesem Mod jetzt hier nicht. Aber das ist halt wieder Geschmackssache. Das ist jetzt nur meine Meinung. Ihr dürft gerne darüber diskutieren, debattieren, was ihr davon haltet. Und dann gern kommentieren. Dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Mit dieser Erweiterung der kleinen Garage. Ne, der kleinen Werkstatt. Und, boah. Genau. Mehr habe ich dann hier nicht mehr hinzuzufügen. Dann viel Spaß damit. Lasst ein Däumling damit, was euch gefallen hat. Und wie immer, allzu gute Fahrt. Kommt gut rum. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.